Ja, hi und herzlich willkommen zum neuen Video von der Spielpirat alias Spielpirat.de Wer es nicht getan hat, ich würde mich freuen über ein Abo, ansonsten Daumen hoch und mein Stativ ist ja auch wieder in Ruhe. Ich habe heute Bastelstunde. Ja, ich habe mir gedacht, Mensch, Striker Stadium ist ja immer so spektakulär und natürlich die Nachteile auch der Arena. Und wir haben heute hier den Cosmic Pegasus aus der Hasbro Reihe gegen den Hasbro Reihe Stryker. Beide in der Originalfassung hier. Wie wir sehen, habe ich mal wieder mit dem Stativ ein bisschen rumgekämpft und habe die Arena jetzt hier so von der Seite aus gefilmt. Und ich hoffe, dass es einfach eine spektakuläre Geschichte wird. Und wenn nicht, naja, dann war es halt ein Video, war? Ist ja auch nicht so schlimm. Und dann starten wir doch einfach mal in die erste Runde. In unserem Best of Five, versteht sich? Ja, was ist denn das Seitenaufnahme? Ich hoffe, man kriegt die Bags auch komplett drauf und sich angreifen, dass wir jetzt hier keine Schattenseiten haben. Ui! Das war doch schon mal ein erster schöner Move. Natürlich auch die Frage, dass da unterschiedliche Abstände sind. Kann die Kamera so schnell autofokussieren? Ja, das ist so die Frage, die ich mir jetzt auch gerade stelle. Generell ist die, wenn die Qualität stimmt, ist denn die Einstellung auch interessant für andere Beyblade-Kämpfe. Gleich auch für den Baystadion. Jetzt ist natürlich der Kampf an und für sich ein bisschen, ja. So, 1 zu 0 für Raystriker. Starten wir hier doch mal in die zweite Runde. Naja, gut. Der war Sensationell ins Aus. Starten wir nochmal in die zweite Runde. Ja, sehr interessant. 1 zu 0 für Stryker. Ja, ist das eine interessante Sache oder ist es keine interessante Sache? Abgesehen vom Stadium, man kann ja auch ein anderes nehmen, ja. Das Destroyer Stadium oder Co., also die neue Errungenschaft hier von der Spielpirat. Und natürlich auch andere Baves, die es halt noch interessanter hinkriegen. Aber ich dachte mir jetzt, wenn man ein bisschen lahmer in der Mitte ist, kann man nochmal so vielleicht die Bewegungen sehen, die Einstellungen sehen. Ja, es ist ja auch auf jeden Fall schon 2 zu 0. Gibt hoffen, dass das Video nicht allzu lange als Belastung in unseren Augen liegt. Und dann starten wir doch einfach mal in die Sensationell dritte Runde. Mit eventueller, ja, Zielführung. So, hier vorne versteckt sich alle Cosmic gegen das Rainbow Striker. Alles klar. Der Striker bewegt sich hier irgendwie so in Dreiecksformationen oder fast oval auf einer Eklipse. Wahnsinn. Und unser Cosmic Pegasus kriegt hier gerade ordentlich Speed in der Mitte und wird sein Special Move gleich ausführen. Ach, er wurde leider gestoppt. Schade. Naja, mein Gott. Dann wird er eben die restliche Energie verwenden, um noch 1 bis 5 bis 7 Sekunden zu überleben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. Fast 7. Jobi, wir haben hier auf jeden Fall eine 3 zu 0 Führung und somit den Vorentscheid und den ganz klaren Sieg von Rise Striker gegen den Cosmic Pegasus. Hier im Striker Stadium. Daumen wäre echt cool. Sagt mir, ob ihr die Einstellung gut findet, ob ich da noch ein bisschen spielen soll. Soll ich die Kamera immer festhalten oder vielleicht einmal schwenken? Sagt mir Bescheid, ob es euch stört mit dem Wackelhand oder was auch immer in anderen Videos. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer der Spielpirat. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020